Neun Gründe, warum ich es nicht schaffe, ein Video zu machen in 147 Sekunden. Ich könnte ein Video für YouTube drehen. Oder aber ich könnte da eins anschauen. Ich sitze im Bus. Ich habe mal wieder keinen Plan, wo ich gelandet bin. Ich muss erst mal den Schokoriegel essen. Weil ich wirklich ein hart arbeitender Mensch bin. Oh Mann, der Kabel ist schon wieder alle. Sudoku. Ich sitze immer noch im Bus. Dies war ein einfaches Video, das zeigt, wie einfach es ist, als Vlogger seine Fans zu zeigen, dass man keine Zeit hat, Videos zu machen. Alternativ dazu kann man sich auch 42 Minuten und 49 Sekunden vor die Kamera setzen und das ganze Vlog meines Lebens nennen. Abonnieren. Liken. Oder lasst einen Kommentar da. Untertitel. Oder wie auch für euch, dentro 어fficierst du, das it Ghost Turc, die Leute sind gerne Püro, dat ich moon進 werde. Und dann packen wir hier in Befant. Und dann packen wir sie schon jetzt noch mal hinten die Kamera felice. Und clarity.